What up, mein Name ist gleich, schon in diesem Video zeige ich dir, wie du in kürzester Zeit ein richtig nices Minecraft-Schiff bauen kannst. Das Ganze kannst du ganz easy bei dir auf deiner Minecraft-Einzelspieler-Welt nachbauen, auf dem Server mit deinen Freunden oder auch im Minecraft-Hardcore. Es ist wirklich super einfach und ihr braucht euch keine Sorgen machen, ich werde alles mit euch zusammen machen. Dementsprechend macht euch da überhaupt keinen Kopf, dass ihr es nicht hinkriegen werdet, denn wir werden alles Schritt für Schritt gemeinsam hier vorbauen. Für mehr von solchen Videos einfach gerne ein Abo da lassen, ist für euch nur ein Klick und für mich eine riesige Unterstützung. Schaut auf meinem zweiten Kanal vorbei, dort kommen regelmäßig Tutorials, die es auf diesem Kanal gar nicht gibt. Erster Link dazu ist in der Videobeschreibung und vor allen Dingen schreibt mir in die Kommentare, wo ihr noch Hilfe braucht, damit ich mit einem Video euch weiterhelfen kann. Natürlich habe ich wie immer auch immer die Materialien, die wir für dieses Schiff zum Beispiel jetzt brauchen, für euch vorbereitet. Das sind die Items, die wir verwenden werden, das Ganze kann natürlich um ein, zwei Blöcke abweichen, aber das sind ungefähr die Materialien, die wir benötigen werden. Also guckt, dass ihr die Items habt. Einen Grundriss brauchen wir dieses Mal nicht, dementsprechend bauen wir einfach mitten auf einem See hier in dem Fall und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Wir werden mit Fichtenholz bauen. Dafür gehe ich einfach mal ins Wasser und werde das Ganze auf eine Höhe bringen und zwar genau die Höhe hier, wo die Wasseroberfläche die Luft trifft, genau so. Dann werden wir nämlich eine Linie ziehen und zwar insgesamt zwölf Blöcke. Jetzt haben wir hier schon einen Block, das heißt, wir gehen noch elf Blöcke in die Richtung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. So, damit haben wir zwölf Blöcke insgesamt. Dann gehen wir hier ran und werden einfach mit einer Fichtenholzstufe hier und hier einmal was ran platzieren. Denn dann haben wir insgesamt vierten Blöcke hier in einer Reihe. Von dieser Holzstufe einfach drei Blöcke frei. Eins, zwei, drei und auf dem vierten Block platzieren wir dann einfach nochmal Holzstufen ran. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, denn hier sind auch wieder drei Blöcke frei. Genau das Ganze machen wir auf der anderen Seite auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, sodass das Ganze jetzt so von oben aussieht. Dann ist es relativ simpel, was wir machen und zwar nehmen wir uns jetzt wieder Fichtenholzbretter, werden hier diese drei Blöcke nachziehen und hier zwei Blöcke zu jeder Seite nochmal nach vorne platzieren. So, und dann gehen wir einfach nur mit den Fichtenholzbrettern nach vorne und werden natürlich hier auch nochmal zwei Blöcke ran machen und hier auch nochmal das Ganze vervollständigen. Und hier gehen wir dann ganz normal einfach wieder zurück, sodass das Ganze jetzt einfach so aussieht und unter Wasser sieht das Ganze so aus. Dann machen wir einfach nur folgendes, gehen hier einmal vorne ran, nehmen uns einfach mal eine Fichtenholztreppe, das heißt diese hier und werden diese hier vorne ran klatschen und links und rechts nochmal eine ganz normale Stufe platzieren. Auf der anderen Seite machen wir genau dasselbe, auch hier vorne eine nach unten gerichtete Treppe, links und rechts wieder unsere Stufe, lassen von der Stufe zwei Blöcke Platz, eins, zwei und auf dem dritten Block ziehen wir dann nochmal eine Linie rüber und hören an derselben Stelle auch wieder auf. Genauso machen wir es auf der anderen Seite ebenfalls. Eins, zwei, frei lassen und auf dem dritten Block dann wieder das Ganze lang platzieren. So muss das Schiff jetzt von oben erstmal aussehen und so sieht das Ganze jetzt von der Seite aus. Jetzt müssen wir schon entscheiden, in welche Richtung wir genau jetzt das vorne bauen und das Heck bauen und ich entscheide mich einfach mal, dass hier das Heck ist, das heißt ich platziere hier nochmal ein Fichtenholzbrett drauf, dann nochmal da und dann diese Richtung jeweils eins und dann gehe ich praktisch ein nach innen und wieder nach außen. So, und ziehe anschließend das Ganze bis hier vorne durch erstmal. Erstmal bis hier, auf der anderen Seite natürlich auch ein nach innen gehen und nach außen und dann wieder durchziehen nach vorne. Erstmal bis hier, dann können wir ganz genau gucken, dass wir von diesem Bereich hier drei Blöcke freilassen. Eins, zwei, drei. Und an dem vierten Block machen wir jetzt folgendes, platzieren wir einen Block rauf und nochmal zwei Blöcke nach vorne. So, können hier links und rechts was hin platzieren, da ziehen dann drei Blöcke nochmal dahinter. So, und dann gehen wir eigentlich nur ein nach innen und zwei nach außen. So, obwohl es reicht eigentlich, wenn wir nur ein nach innen gehen. So, und so. So muss das Ganze jetzt von oben aussehen. Guckt, dass das bei euch der Fall ist. So sieht das Ganze jetzt von der Seite aus. Dann gehen wir einmal ans Heck ran, werden hier einfach nochmal eine Stufe platzieren, genauso wie auf der Seite. Und hier nochmal zwei Stück und eine Treppe, die nach hinten geht. So, und vorne werden wir auch nochmal hier eine platzieren und hier eine. Und auf der anderen Seite natürlich ebenfalls. So sieht das Ganze jetzt aus. Dann gehen wir an die Seite ran und platzieren von hier aus, indem wir noch einen Block freilassen. Also einen weiter nach rechts hier. Und nehmen wir uns einfach nur Treppen und werden diese nach unten gerichtet, nach hinten platzieren. Aber lassen hier diesen Block frei. Das Ganze mal auf der anderen Seite auch. Hier einen Block freilassen und dann nach außen gerichtet platzieren. Und hier wieder einen Block freilassen. So muss das Ganze jetzt von oben aussehen. Kommen wir zur nächsten Ebene. Dafür nehmen wir uns einfach wieder Fichtenholzbretter. Platzieren hier drei Blöcke einfach nur hoch. Gehen dann ein nach innen, wieder nach außen. Genauso wie auf der Seite ebenfalls, sodass hier in der Mitte nur ein Block frei ist. Oh, den lassen wir so. Gehen dann wieder ein nach innen und wieder ein nach außen. Das Ganze natürlich auf der anderen Seite immer spiegelverkehrt. Und ziehen von dieser Seite einfach nur einen nach vorne. Komplett die ganze Linie durch. Und gehen hier einen Block rüber. So. Von dort an gehen wir einen Block diagonal. Das heißt, hier platzieren wir keinen hin, sondern erst hier wieder. Gehen dann einen weiter nach vorne. Gehen dann einen nach innen. Und wieder nach vorne. So. Das Ganze mal auf der anderen Seite ebenfalls. Das heißt, hier gehen wir auch die Linie lang. Ein Block muss weiter rüber ragen. Einen diagonal. Dann wieder einen nach vorne. Nach innen. Und nach vorne. So. Dann gehen wir von beiden Seiten einen nach vorne. Diagonal. Das heißt, hier kommt keiner hin. Und hier wieder. Und dann nochmal einen nach vorne. So. So sieht das Ganze jetzt von der Seite aus. Dann gehen wir einmal ans Heck ran und platzieren hier, hier, hier und hier einmal eine Stufe. Gehen nach vorne. Platzieren hier und hier eine Stufe. Genauso wie wir es hier und hier machen. Und hier vorne werden wir hier und hier einmal eine Fichtenfalltür platzieren. Und hier vorne können wir eigentlich weit machen und mit einer nach vorne gerichteten Treppe platzieren. Wenn man will, kann man das Ganze hier unten auch machen, sodass das Ganze bis nach vorne durchgezogen ist. So sieht das Ganze jetzt von der Seite aus. Sieht schon mal nach einem Boot aus. So. Dann gehen wir ans Heck erstmal ran und platzieren hier zwei Reihen rauf. Eins und zwei. Machen dann hier weiter, indem wir nochmal zwei Blöcke auf der Höhe zwei platzieren. Lassen dann den Block hier unten frei, indem wir hier weitergehen und hier wieder zwei platzieren, dass wir hier so ein Loch haben. Platzieren dann nochmal zwei und dann einen einzigen nach vorne. So. Das heißt, dasselbe machen wir auch hier. Das heißt, hier zwei Blöcke. Dann lassen wir hier wieder unser Loch. Dann wieder zwei Reihen. Und dann einen einfachen nach vorne. So. Dann gehen wir weiter nach vorne. Hier einmal an die Front. So. Und lassen von hier einfach mal drei Blöcke frei. Eins, zwei und drei. Und auf dem vierten Block platzieren wir dann einmal eine Treppe, die so gerichtet ist. Von da aus gehen dann drei Blöcke nach vorne. Eins, zwei, drei. Und der vierte ist dann wieder eine umgedrehte Treppe nach unten zeigend. So, dass das Ganze hier so übergeht. Von dort an gehen wir einen Block nach innen. Platzieren einfach hier wieder. Und hier hinter können wir es auch machen. Einmal einen Block. Gehen dann hier wieder einen nach vorne. Und noch einen nach vorne. Hier, den hinten können wir eigentlich wegmachen. Den brauchen wir eigentlich nicht. Das ist eigentlich irrelevant. Gehen dann einen Diagonal. Platzieren direkt auf diese Falltür. Einmal wieder einen Block rauf. Und gehen nochmal einen nach vorne. So. Platzieren dann hier auf die Spitze einmal einen rauf. Und einen ganz normalen nochmal weiter nach vorne. Genau dasselbe machen wir auf der anderen Seite auch. Guckt, dass es immer spiegelverkehrt genau dasselbe ist. Das heißt, hier auf der Höhe platzieren wir einmal wieder unsere Treppe. Drei Blöcke nach vorne. Dann auf die vierte kommt einmal eine nach unten gerichtete Treppe. Dann gehen wir hier hin. Platzieren zwei Stück. Noch eine dritte vorne ran. Gehen hier hin und platzieren wieder zwei. So sieht das Ganze jetzt von der Seite aus. Sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Jetzt wechseln wir einfach mal die Holzsorte und gehen einfach ins Schwarzeichenholz über. Hier. Dafür brauchen wir Stufen, ganze Blöcke und natürlich auch noch unsere Falltüren dazu. So. Denn wir fangen hier an zu bauen und platzieren erstmal zwei oder können auch einen ganzen Block platzieren. So einen ganzen Block Schwarzeichenholz. Gehen von dort aus sagen wir mal bis hier vorne ran. Platzieren dann wieder einen ganzen Block. Das heißt, wir haben hier ein, zwei, drei, vier, fünf Stufen platziert. So. Gehen von diesem Block einfach nochmal zwei Stufen ran. Eine halbe Stufe nochmal oben rauf. So. Dann wieder eine Stufe ran. Dann gehen wir rüber eine Reihe nach innen. Platzieren hier zwei Stufen. Bei der dritten platzieren wir jetzt hier wieder einen ganzen Block. So. Wieder eine Stufe ran. Gehen dann diagonal hin. Platzieren wieder einen ganzen Block. Und nochmal einen. So. Lassen das Ganze erstmal so. Dann genau dasselbe kommt auf die andere Seite ebenfalls. Ganzer Block. Dann fünf Stufen. Drei, vier, fünf. Ganzer Block. Zwei Stufen. Ganzer. Zwei Stufen. Die dritte machen wir eine doppelte. So. Dann eine nach vorne. Gehen nach innen. Platzieren. Eine Stufe ran. Und einen ganzen Block wieder ran. Gehen dann nach innen. Beziehungsweise. Doch, doch, doch. Wir gehen jetzt nach innen. Guckt einfach immer, dass das wirklich auch identisch aussieht. Gehen eine nach innen. Und nach vorne. So sieht das Ganze aus. Von oben muss das wirklich genau gleich aussehen. Platzieren dann hier einfach nochmal eine Slap nach vorne. Also eine Stufe. So. Jetzt sollten wir das hier vorne noch einmal verlängern. Mit einer ganz normalen Treppe nach unten gerichtet. Aus Fichtenholz. Und eine Fichtenfalltür. So. Denn von dort aus gehen wir wieder ein nach innen. So. Einen ganzen Block. Von beiden Seiten aus. Platzieren dann nochmal eine Stufe ran. So. Und können dann hier theoretisch einfach nur drei Blöcke drauf platzieren. Denn eine nach unten gerichtete Treppe, auch aus Schwarzeichenholz, muss hier einmal ran. Also. So. Und entgegengesetzt muss eine nach oben zeigende. Also so eine. Dann können wir das da unten wieder weg machen. Und auf diese nach unten gerichtete kommt einmal die Schwarzeichenholz-Falltür rein. So sieht das Ganze aus. Dann gehen wir einmal wieder ans Heck ran. Platzieren nämlich hier jetzt eine Schwarzeichenholz-Treppe da unter. Eine entgegengesetzt. Wieder eine rauf. So muss das Ganze aussehen. Oder wir machen es einfach so. Und fangen hier erst an. Aber das kann man jetzt selber entscheiden. Ich mache das jetzt einfach so, dass ich wirklich hier anfange. Einen nach unten gesetzt. Und wieder eine drauf. Dann kommt dort eine hin, die so gerichtet ist, dass sie so entgegen zeigt. Hier. So. Da kommt einfach ein Block zwischen, damit wir eine in die andere Richtung zeigen können. Der Block kommt dann wieder weg. So muss das Ganze aussehen. Dasselbe machen wir genau auf der anderen Seite auch. Zack. Eine rauf. Entgegengesetzt. Wieder eine rauf. Dann eine, die so dagegen zeigt. Und eine, die so dagegen zeigt. Die beiden Blöcke kommen wieder weg. So. Dann machen wir jetzt folgendes. Und zwar kommt hier unter einem eine Stufe hin. Dazwischen kommt einmal eine Stufe. Da unter kommt wieder eine Stufe. Und hier kommt wieder eine ganz normale Treppe entgegengesetzt ran. So, dass wir hier zwei Guckloch-Augen haben. Das heißt, auch hier wieder Stufe. Ein bisschen höher gesetzt. Wieder eine tiefer gesetzt. Und eine normale Treppe dort wieder ran. Dann gehen wir hier einfach zwei Stufen nach innen. So. Und jetzt machen wir das Heck. Das heißt, hier machen wir einfach nur folgendes. Platzieren wir eine Stufe nach unten gerichtet. Links und rechts. Oder eine Treppe nach unten gerichtet. Links und rechts eine Stufe hin. Dort eine Treppe, die nach außen zeigt. So. Und so. Dann wieder eine Stufe, die nach außen zeigt. So. Und auf diese äußerste Stufe kommt einmal immer eine Treppe, die nach innen zeigt. So. Dann eine, die genau entgegengesetzt zeigt. So. Dann einfach nochmal eine Stufe dazwischen. Und eine Falltür zum Abschluss dazwischen. So. So sieht das Ganze jetzt von der Seite aus. Und so sieht das Schiff jetzt erstmal von oben aus. So. Dann machen wir jetzt einfach mal folgendes. Wir haben jetzt hier unsere beiden Löcher. Und dort kommt eine Eichenholz-Falttür rein, die wir dann ranklappen. Damit das aussieht wie so ein Kreuzfenster, sag ich jetzt einfach mal. Zack. Und dann gehen wir auch schon ins Innere und wechseln wieder unsere Holzart. Und zwar nehmen wir diesmal Eichenholz. Dafür füllen wir die unterste Reihe einmal auf. So. Und die nächste Reihe bis zu diesem Punkt. Hier, wo diese zwei Blöcke nach oben gehen. Zack. Bis zu dem Punkt führen wir das Ganze auch nochmal mit Eichenholz auf. So. Denn jetzt ziehen wir auf der Ebene, nämlich einen Block weiter dahinter, einfach mal drei Blöcke nach oben. Eins, zwei, drei. Und auf diese drei Blöcke, dann muss ich jetzt einmal gucken, wie ich das am besten platziere, platzieren wir dann einfach Eichenholz-Treppen nach unten gerichtet. Hier sind sie auch schon. Und zwar so. Drei Stück übereinander. Und links und rechts werden wir jetzt einfach Treppen nach oben bauen. Eins, zwei, drei. Und hier rechts auch. Eins, zwei, drei. So sieht das Ganze jetzt aus. Was wir jetzt machen, ist relativ simpel. Wir machen hier einmal den Boden. Den werden wir einmal auffüllen. Zack. Und dann hier oben auch noch einmal auffüllen. Komplett mit Eichenholz. Dann werden wir selbstverständlich hier in unserer Schiffskapitän-Kabine einmal eine Tür rein platzieren aus Fichtenholz. Und zwar so. Können wir auch direkt wieder zumachen. Können hier nach oben gehen. Nehmen wir uns jetzt einfach nur Fichtenholz-Zäune. Platzieren einfach mal drei Stück hier hin. Eins, zwei, drei. Dort vor kommt dann einmal ein Altar, der zu uns zeigt. Und auf diesen Altar kommt dann einmal ein Eichenholz-Zaun. So. Müssen wir mal gucken, wie wir das platzieren. Ah. Warte mal, es klappt hier gerade irgendwie nicht. So. Müssen wir das einfach mal so machen. Man kann den nicht direkt drauf platzieren. Das heißt, wir müssen das so machen und den hinteren weg machen. Und vorne ran kommt dann einfach mal eine Falltür, die wir ranklappen. Denn das ist jetzt hier unser Steuer. So. So. Dann nehmen wir uns einfach eine Laterne und platzieren hier hinten eine rauf. Und hier vorne unten ran eine. So. Denn jetzt machen wir folgendes. Und zwar bauen wir jetzt nämlich den Stamm. Dafür gehen wir von dieser Tür eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Blöcke weg. Und ziehen das Ganze 17 Blöcke hoch. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünftzehn, sechzehn, siebzehn. Gehen nach unten und platzieren auf Höhe vier. Eins, zwei, drei. Und vier. Einfach mal hier komplett so eine Stufe ran aus Fichtenholz. So, dass man allerdings da drauf etwas platzieren kann. Ganz wichtig. Dann gehen wir zwei Blöcke nach rechts und zwei Blöcke nach links. Und platzieren dann einfach nochmal zwei Falltüren links. Und zwei Falltüren rechts dort hinter. So, dann gehen wir auf die Rückseite und werden auf derselben Höhe einfach mal drumherum Falltüren platzieren. Und werden jetzt einfach mal Leiter nehmen. Diese werden wir so platzieren. Moment mal, kann man da durchgehen dann? Wenn nicht hier oben? Ja, okay. Genau das ist der Plan. So, dass man hier durchleitern kann. Bis, dass wir vier Blöcke nach oben haben. Weil, dort kommen wieder drumherum einmal Falltüren hin. Bis auf diese Seite. Denn hier machen wir genau dasselbe, was wir auch hier unten gemacht haben. Und zwar kommt hier oben wieder eine Stufe hin. Zwei Blöcke nach rechts. Zwei Blöcke nach links. Hopp. Und dann zwei Falltüren links und zwei Falltüren rechts. Genauso wie wir es unten auch gemacht haben. So. Im Prinzip ziehen wir jetzt nochmal die Leitern um zwei Blöcke weiter nach oben. Werden dann hier einfach mal auf dieser Höhe. Einen Moment. Hier. Genauso wie hier. Hier. Und hier. Hier einfach mal Stufen platzieren. Und in die Zwischenräume kommen dann noch einmal Eichenholz-Falltüren. Zack. Zack. Und zack. So. Und dann werden wir auch Eichenholz-Falltüren so platzieren. Dafür müssen wir einmal hier etwas drumherum platzieren. Damit wir eben unsere Falltüren so platzieren können. Dass wenn wir sie hochklappen, sie eine perfekte Umrandung machen. So, so, so. Ah. So, so, so. Zack, zack, zack. Hier auf der Seite ebenfalls. Und natürlich hier auch die Blöcke drumherum können wir dann wieder weg machen. Die waren nur zur Stütze. Dafür da. Dann können wir hier den Block einfach dann nach oben führen. Und hier dann zum Beispiel nochmal einen Zaun drauf platzieren. Egal aus welchem Holz. Ich mache jetzt einfach mal so einen. Oder vielleicht zwei Zäune. Seht vielleicht ein bisschen besser aus. So. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserem Segel. So. Dafür nehmen wir uns einfach mal weiße Wolle. Weil das einfach am besten passt und am neutralsten ist. Hier oben fällt mir jetzt gerade was auf. Und zwar habe ich das hier ein klein bisschen zu tief gesetzt. Denn die Sachen beziehungsweise die Stufen müssen so platziert werden, dass man auch hier unter was platzieren kann. Sonst können wir das Segel nicht perfekt platzieren. Das heißt, ich hatte jetzt einen halben Block zu weit unten. So. Und zack. So. Dann platzieren wir einfach unsere Wolle. Drei Blöcke so. Und drei Blöcke so. Gehen dann für die anderen drei einfach nur einen Block weiter nach vorne. So muss das jetzt aussehen. Für die gehen wir dann hier außen nochmal so ein weiter nach vorne. Hier diese Zwischenblöcke mache ich immer weg. So sieht das Ganze jetzt aus. Dann gehen wir hier nochmal einen Block nach vorne. Drei Stück. So. Von diesen drei gehen wir dann ein nach unten und wieder zwei nach außen. Ein nach unten, zwei nach außen. So. Dann wieder ein nach unten und wieder ein nach außen. Denn hier gehen wir noch einen Block runter. Das heißt, hier gehen wir einen runter und hier machen wir dasselbe auch nochmal. So sieht das Ganze jetzt aus. Einmal genau aufpassen. Jetzt gehen wir hier einen nach vorne. Und ihr seht ja hier die Lücke. Die füllen wir einmal aus. Das heißt, fünf Blockreihe. Zack. Dann fügen wir hier unten noch jeweils einen nach rechts dazu und machen die Mitte einmal zu. Und jetzt spiegelt sich das hier genau unten wieder. Das heißt, hier fünf Blöcke. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da unten einen in die Mitte. So. Hier an der Seite müssen wir natürlich einen runter gehen. Bzw. In der Seite eher drei, eins, zwei. So. Also zwei insgesamt müssen wir nach unten gehen, so dass wir insgesamt drei Blöcke haben. Eins, zwei, drei. Gehen hier einen nach innen. Wieder einen nach unten. Wieder zwei nach innen. Genau das machen wir hier. Eins, zwei. Einen nach innen. Nach unten. Nach innen. So. Und hier unter platzieren wir dann drei Blöcke wieder. Eins, zwei, drei. So. Und jetzt machen wir eigentlich genau dasselbe, was wir hier auch gemacht haben. Das heißt, hier gehen wir wieder welche nach innen. Zwei nach außen. Einen hoch. Also hier drei Blöcke. Und ein nach oben. Genauso haben wir hier. Ja. Eins, zwei. Zack. So. Sieht schon sehr ähnlich aus. Und jetzt machen wir nochmal einen weiteren nach hinten. Das heißt, hier kommen wieder drei Blöcke hin. Und hier kommen auch nochmal drei Blöcke hin. Zack. Und auf der Seite ebenfalls. Zack. So. Jetzt passt es bei mir nicht ganz. Ist aber nicht schlimm. Wir können das hier einfach nur einen Block höher setzen. Das heißt, wir fangen hier an mit unseren drei, vier und fünf Stufen. Und dann einfach nur unsere Falltüren ran platzieren. Man kann das Ganze mit den Falltüren auch später machen natürlich. Ich hoffe, ihr habt das mit dem Segel verstanden. Es war jetzt nicht ganz so einfach. Ich kann euch mal zeigen, wie das jetzt hier aussehen muss. Ganz in Ruhe. Es spiegelt sich. Es ist genau dasselbe System im Prinzip. Zack. Falls es euch zu schnell ging. Einfach nur mal das Video ein wenig langsamer stellen. Und dann sollte das Ganze auch funktionieren. Jetzt gehe ich hier vorne noch einfach nochmal ran und mache folgendes. Und zwar platziere ich jetzt einfach mal hier unten ein paar Fässer hin. Zack. Nehme ich mir hier welche raus. Platziere zwei Stück zum Beispiel hin. Komplett zufällig. Hier ein noch. Und hier vorne ein. Platziere dann einfach nur als Beispiel hier, hier und hier eine Kiste hin. Das ist komplett random. Einfach nur. Hier kann ich das Ganze nochmal beleuchten von innen. Damit hier keine Monster spawnen. Platziere hier ein Smithing Table hin. Mit einem Fletching Table noch dazu. Davor zum Beispiel nochmal ein Smoker. Da kann ich hier nochmal Werkbänke hin platzieren. Und hier zum Beispiel dann einfach nochmal ein Grindstone. Hier könnt ihr rein platzieren, was ihr wollt. Am besten das Schiff noch ein bisschen beladen. Hier könnt ihr euch nochmal was einrichten, wenn ihr wollt. Aber im Grunde ist es das Schiff. Wie gesagt, für mehr von solchen Videos einfach gerne ein Abo da lassen. Ist für euch nur ein Klick. Und für mich eine sehr große Unterstützung. Schaut auf meinem 2-Kanal vorbei. Denn dort gibt es regelmäßig Tutorials, die es auf diesem Kanal gar nicht gibt. Und schreibt mir in die Kommentare, was ich als nächstes für ein Video machen soll, um euch ein wenig zu helfen. Mein Name ist Flash und ich wünsche euch noch einen sehr angenehmen Tag.